So, du kriegst da sozusagen, du kriegst da ein Bild von irgendwelchen bekannten Memes und du machst dann einfach nur selbst den Text dazu. Und dann bewerten es halt die anderen. Das kriegen wir hin, ne? Ja. Sheldon hat Bock, Wolfo geht in die Haier. Alles klar, aber guck noch zu, alles klar. Hier ist der Link für alle, die rein wollen. Für Ayumi natürlich im Discord, ganz klar. Kannst du mir ihn auch über Discord senden? Ja. Da muss ich kurz, da, da bist du ja, ganz oben. So. Willkommen, willkommen. Vollnickhose, heute mit einem R. Haha, Sheldon. So, Elas ist da, Mukmak ist da. Weiß. Ja. Das Ding ist, er wartet nicht viel von mir. Im Meme-Game bin ich nicht so tief drin. Guck mal, gibt's das denn als Kategorie? Tatsache, gibt's als Kategorie bei Twitch. Schön. Da bin ich wieder. Ui, willkommen zurück. Thanks, Elot. Propaganda-Kalle ist da. So, da muss ich jetzt aber nicht mehr malen, oder? Nein. Nee, nee, schreiben. Nur schreiben. Du brauchst dein, dein, ja, Geotastic Tryhardt-Tablet nicht mehr. Alles klar. Okay. Ja, so Geotastic Tryhardt ist es jetzt auch nicht. Sheldon, oh Gott, mit meinem Humor wird das seltsam. Ey, ey, ey. Ja, mit meinem auch. Ja, ich bin jetzt, mir fällt nichts mehr ein. So, Ayumi, bist du schon drin? Nee, ich brauche noch kurz. Kein Problem. Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Wir kriegen ein Bild und müssen dann quasi mit einem Text ein Meme draus machen. Ach so, okay. Ich sehe ja auf deinem Stream gerade, dass es normal gleich den Rolex gibt. Ja. So, was kenne ich denn? Das ist der Stonkmann, das ist halt The Pain Herald, das ist Surprise Pikachu, das ist einfach Spongebob aus der Zeitreisefolge, Pepe, nochmal der Stonkmann und zweimal Baby Yoda. Seht ihr, ich kenne Memes. Das ist Memes. Ich muss dir sagen, wenn es um Memes geht, ich bin halt, ich bin halt einfach bei der Grumpy Cat hängen geblieben. Ich glaube, die sind vor Ort. Okay, warte bereit, aber ich bin gespannt. Das hätte ich nicht. Oh, nee. Was? Oha. Scheiße. Kann ich hier nicht nach so einem anderen? Mir fällt hier eine Textzeile. Ist das nicht eigentlich hier irgendwie so, ich, Dad und Mom oder so? Und dann steht hier irgendwie so ein schlechter Witz. Ich habe keine Ahnung, Mann. Mann, ich ihm, mir fällt nichts. Der dem? Nee, ich verkack's direkt instant, nur noch eine Minute Zeit. Ihm abschicken. Ja, super. Du kannst aber was schreiben. Ich weiß es. Ja. Der für würde mir aber auch nichts einfallen bei dem Bild. Bei seinem? Doch locker. Das ist halt jetzt einfach Geotastic Humor. Ja, ich meine, zwei lachen, einer nicht. Ja, der in der Mitte lacht halt nicht. Frankreich, wo wir selbst sind. Und man kann auch ein anderes Film machen. Ach, hier, da, anderes Film. Okay, das sehe ich. Fühle ich mal ehrlich. Eigentlich, eigentlich. Eigentlich, eigentlich Schweiz, Spanien, Frankreich. Tatsächlich gar nicht so weit weg. Eigentlich anders. Schäden. Kommst du daher, Schäden? Wer das nicht kann sehen? Alter, was sehe ich hier? Mein Freund hat so viel Bokoli gehabt. Und jetzt, jetzt muss ich das hoch oder runter liken. Ja, das finde ich wirklich gut. Oder meh. Meh ist so okay. Oder ab oder down rank. Die Justice League unter Brokkoli. Oh, kann ich das downloaden, bitte? Ja. Von wem war das? Von wem war das? Oh, das war geil. Wer war das? Deine Community manchmal, ne? Wirklich. Das beste Bild aller Zeiten. Okay, ja. Das war ja das Allergeilste, Alter. Du hast ja gerade richtig gut, wirklich. Das mache ich als Startbildschirm für den Stream ab jetzt. Ja, Mann. Auch download. Ich weiß jetzt nicht, welches ihr meint. Ich liebe dieses Spiel. Ich hasse es, Memes zu machen, aber das ist ja der Allergeilste Scheiß, den ich hier geboten kriege, ey. Aber ich kann nicht sehen, von wem die sind. Das ist das Traum. Ich bin das immer am Ende. Habe ich Mittag angezeigt. Fiel ich vor dir. Ja, ich. Die sind alle cool, ey. Fielt, Mann. Bis jetzt habe ich einen Daumen nach cool gegeben. Mein bestes Spiel. Wie ist das denn? Ich rufe das. Ja. Ich gehe einfach davon aus. Werbung. Snickers ist diesmal. Was für Werbung? Airwaves? Nee, Snickers. Sie hat einen Snickers im Mund und der andere beißt dann, also sie sitzen mit dem Typ auf der Couch, ja. Sie hat einen Snickers-Eis im Mund und guckt ihn dann blöd an. Und dann... Und dann... Ich bin halt nicht Tommy Kay. Und dann beißt der Kerl dann von der anderen Seite ab und auf einmal knutschen die. Weird. Gut, keiner lacht. Ja, können wir halt alles schon, ne? Hat ihr Stream-Sniper? Ich habe extra den Stream ausgemacht. Und lacht trotzdem nicht, okay? Ich finde, ich war... Aber als ich fertig war, bin ich reingeschaltet. Ja. Bei mir auch. Ja, ich meine, ich habe mich schnell fertig. Ich sehe ja wie Reddit hier. Tausend Tonnen. Der richtig geil. Ich habe gewonnen. Ich bin Zweiter. Ich bin Dritter. Nee, ich habe nicht gewonnen. Wo stehen hier jetzt? Doch, habe ich. Ich habe gewonnen. Ach, von R9. Nice, R9. Wo bist du? Das... Das hier mit dem GTA, das war von mir, wollte ich nur erwähnt haben. R9, wer bist du hier im Twitch, im Chat? Du wirst jetzt instant zum VIP gemacht. Ich habe dreimal gesagt, ich bin es, VIP. Achso, na dann doch nicht. Nein, ich wollte noch gucken, von wem die anderen waren. Das ist Mobbing. Warte. Ach, Mann. Oh, Scheiße. Ich habe sie richtig behindert. Nein. Anderes, Mann. Was? Nein. Scheiße, anderes, Mann. Anderes, Mann. So, das ist jetzt ein Meme für die Crusader Kings Community. Du kannst auch Meme-Buddy machen. Weiß nicht, ob das lustig ist. Aber dann kannst du auch Punkte bekommen, wenn das hochgewortet ist. Oh, oh. Also meins ist jetzt richtig irgendwie doof, aber... Meins auch. I will take it. Mir fällt nichts was ein Grad. Du kannst auch Meme-Buddy machen. Aber dann kannst du... Aber dann kannst du auch Punkte bekommen, wenn das hochgewortet ist. Ich check mein Meme nicht. Nein, nein, Schellen. Ich check mein Meme. Ein Meme, Leute. Wir sind in Deutschland. Nein, nein. Ein Meme. Oh, ich glaube, das war nicht so schlauer, was ich gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob schlauer war, was ich gemacht habe, aber... Das war, glaube ich, echt dumm. Oh, download. Also, der ist ja schon süß, ne? Ja. Ein... Mein, mein? Okay. Ja, wirklich, Elas. Echt. Ich liebe es einfach. Ein Mein, mein. Ihr sollt instinktiv dieses Meme schreiben. Das ist das Problem. Okay. Hä? Weiß ich nicht. Ach so. Nee, das finde ich ein bisschen... Warum? Ich bin halt leider komplett gegen Diskriminierung und das ist schon hart, ey. Ich check... Ja, ist fassig. Nee, das ist dann... Äh, egal. Ähm... Nee, er scheißt auf alle Rechte, die Frauen haben. Er verbrennt die einfach. Hör schifft endlich auf. Nö. Nie. Hm, nee. Nie. So einfach ist die Antwort. Nie. Weil das Blatt leer war. So. So ist es nicht auch verstanden. Ja, ja, ist klar. Ähm... Du kannst das Meme, glaube ich, auch durchwechseln, wenn dir dazu nichts einfällt. Die checkst du nicht. Ja, da unten ist... Ich glaube, er hat nicht verstanden worden, was er dazu schreibt. Also, ja gut, das kann ich, ehrlich gesagt, gut nachvollziehen. Der Brokkoli-Gag. Der Brokkoli-Gag. Alter. Ich fühle dich verjält. Kommt jetzt mal. Ich habe mir dann langsam mal einen Meme-Buddy hinzugegeben. Gut, wenigstens Ayumi lacht. Na gut. Ja, das stimmt aber auch, ja. Das ist halt wirklich so. Ja, weil ich es halt live erlebt habe, ja. Ja. Das ist ein Schmerz, den ich selber fühle. Mindestens 10 Euro zu teuer. Ich sag's, ich bleib dabei. Also 15 Euro zu teuer. Ja. Ich glaube, ja. Brokkoli-Kekse. Ja. Ja, die guten alten Brokkokeks. Erkennst dich. Oh Gott. Ja, zu recht. Nice. Muckmark. Aber mein... Oh ja. Einfach zweimal das gleiche Meme gemacht. Find ich gut. Oh, jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz verlegen. Ja, jetzt wissen wir auch, wer dieses Meme gemacht hat mit diesen alle Rechte, die Frauen haben. Musst einfach nur gucken, wer 285 Minuspunkte hat. Mach dich bereit für dein nächstes Meme. Mach dich bereit für dein nächstes Meme. Ja, hab nicht so ganz. Ey, ihr könnt unten wechseln. Scheiße. Nee, das mach ich nicht, das ist gemein. Ha, ich will was schreiben, das ist politisch schwierig. Ich will auch eben nicht immer so inside an. Irgendwie... Nee, das ist zu dumm. Ah, das Bild ist gut, aber mir fällt nichts ein. Einfach nur zum Triggern. Ich bin auch einfach so einfallslos wie... Also, es gibt's ja nicht. Ist nicht mal die Wahrheit, aber ich will einfach ein bisschen Triggern. Herr Wann-Mod. Hey, Mann, krieg ich 500 Minuspunkte fürs Nicht-Schicken. Hey, das war's. Nein. Das ist nur die Antwort auf das Wann-Herr-Trips endlich auf Geotestik zu spielen, Meme. Hm. Hm, hm, hm. Oh, Mann. Und jetzt ist Edu nicht mehr hier, Mann. Edu ist halt der fucking Entwickler von Geotestik. Wenn der das sehen könnte. Wie... Wie allgemein bekannt meine Liebe für sein Spiel ist. Ah. Hä? Ah. Hä? Das ist okay. Ah, gut. Aber irgendwie... 2000... Was? 2016 oder? 2017 will ich seine Joke zurück? Ah, trotzdem. Es ist ja trotzdem noch die Wahrheit. Ja, ist es. Ich bin zu schlecht, um das auszusprechen. Darum versuch ich es erst gar nicht. Bonjour. 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 Wer hat sich hier reingeschlichen? Französisch, Junge. Einfach. Das ist immer, wenn Menschen das Ende mitsprechen. Ja, ist ja kritisch. Ach, guck mal, dasselbe Bild bekommen. Ja. Das Ding ist, ich mal es ja eigentlich ganz gerne. Ganz einfach. Bon, johu. So sagt man das. Bon, johu. Ich finde Französisch so funny. Es gibt ja Abi. Abi, Abi bedeutet Kleidung. Wird aber mit H-A-I-B-T-E geschrieben. Wird aber nur Abi gesprochen. Das ist so funny. Ja, guck dir einfach hier Monsieur an. Wie man das ausspricht und schreit. Scheiße. Scheiße. Okay, wenn ihr sagt, dass das gut ist, dann glaube ich euch mal. Ja, das ist traurig. Ja. So, was ist Meme Buddy? Ja, da kannst du sagen, du fandest... Da kannst du dich an den Punkten von dem beteiligen. Ach so. Genau. Oh, dann hätte ich das vielleicht woanders. Dann würde ich egal. Jetzt habe ich es verstanden. Oha, findest du das Meme nicht gut? Das war super, das Meme. Wo ist meins? Ach guck mal, ich bin sogar noch Zweiter geworden. Ich habe jetzt dreimal hintereinander das gleiche Meme gemacht zu anderen Bildern. Also, finde ich gut. Ach, ich habe gerade gescheckt. Ich habe Aro 9 falsch geschrieben. Oh, ich habe Meme Buddy genau bei dem gemacht, der am wenigsten spricht. Ja, meins war das Beste. Aha, voll eine Kurse. Das war ja. Okay. Ah, voll eine Kurse. Am Samstag wäre übrigens wieder Among Us ohne Mods. Falls du Lust hast. Auch an dich, Ayumi, ne? Es gibt Mods in Among Us. Oh ja. Aber hallo. Rips. Ja? Das ist doch ein Game, was man öfters zocken kann. Ja, zum Beispiel jetzt direkt nochmal. Geotastic. Nein, nicht öfter als Geotastic. Nichts spielen wir öfter als Geotastic. Ob das 1000 Punkte bekommen hat. Heftig. Ah, da musst du eh arbeiten. Ja, das ließ da. Also, morgen, morgen, morgen hast du oder was hast du gesagt? Nee, Samstag. Samstag. Samstag weiß ich noch nicht, weil ich Leute zum Grillen hier habe. Oh, geil. Warst du nicht letztens erst beim Grillen eingeladen? Ja, zu Freunden eingeladen und am Samstag kommen die Schwister von meinem Freund zum Grillen. Zu uns. Äh. Ja, wir grillen halt einfach oft. Also, im Sommer sind wir richtig dabei, ey. Kennen wir den Grillen-Song? Grillen-Song? Nee. Nee, den musst du jetzt leider singen, damit wir ihn kennen. Nee. Doch. Doch, doch. Äh, anderes Meme, bitte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nein, das fieße ich. Das kann ich dir nicht machen. Aber ich bin zu dumm, ich bin zu alt für diese Memes. Oh, dein Meme, die Schafen hast du gerade. Ich habe jetzt alle anderes Meme-Teile verbraucht, ich habe trotzdem noch kein gutes. Ich bin zu alt, ich schenke die alle. Bin ich eigentlich zu dumm? Nee. 50 Sekunden. Die ist reingehackt in die Tasten, das macht einen ja wahnsinnig, da. Ja, meine Tastatur ist nicht die Premium-Tastatur, aber mein Mikro ist halt auch sehr zuvor, da vorne. Und das verstehen nur Studenten, was sie jetzt geschrieben haben, und das wird mich richtig den Hals kosten, aber ich wollte es schreiben. Keine Ahnung, Mann. Ich bin bereit dafür. Ich bin nicht hier, um gute Memes zu machen, ich will nur gute Memes lesen. Ha. So. Keine Ahnung. Ja, ja, Sheldon, das Lied ist Barbie Girl von Aqua, nur halt als Piano-Version. I'm a Barbie Girl. I'm always you. Come on, Barbie, let's go parkin'. Dazu, dazu mussten wir in Sport eine Choreografie machen. Oh, nein, ich habe bei mir so verkackt. Oh, ich war mit, oh, scheiße. Ich habe zwei Dinge vertauscht. Ich weiß nicht mal, ob ich das Meme richtig benutzt habe. Ich bin so ein Ober-Boomer einfach. Ach, ne. Bei mir sind die zwei Captions vertauscht. Scheiße. Eigentlich müsst ihr, stellt euch vor, dass unten, äh, Dingens, äh, äh, Tipps steht. Ich habe das verkackt, okay. Guck mal. Ja. Ja. Das ist gut. Nein, Edo-P ist kein Verbrechen. Der secret ingredient ist Edo-P. Das müsste da stehen. Das ist so true. Ja, ist echt true. Ich habe mir sogar vorgenommen, am 15. Dezember, weil da hat mich Edo-P damals geradet. Äh, ich warte bis zum 15. Dezember und dann rate ich ihn auch. Oder halt einen Tag früher oder später, je nachdem, wann er streamt. Da sage ich nochmal Danke und der wird sich wundern, hä? Der ist auch schon gut. Ja, ist gut. Nice. Diese Brokkoli-Nummer, okay, wir brauchen offensichtlich ein Brokkoli in Rot. Ich merke schon. Ja, Brokkoli-Nummer wäre so sick. Habt ihr ein paar Brokkoli-Imgail-Bilder runtergeladen? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Hättest du auch mit ekligen Amphetamin-Drogen machen können. Aber ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich nicht. Aber es gibt Studentenkaffee. Das ist Kaffee, der aufgebrüht wurde und mit diesem Kaffee wird dann nochmal gebrüht. Also du packst dann auf eine andere Tasse nochmal einen Filter mit Kaffee und schürtest da den Kaffee durch. Und dann hast du doppelt gebrühten Kaffee. Das ist Studentenkaffee. Ist der dann stärker wirklich? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ich würde das ja sozusagen zweimal, also einmal den Kaffee dann nochmal durch Kaffeepulver. Ihr Hater! Ihr Hater! Jetzt bin ich doch froh, dass Edu nicht da ist. Jetzt musst du ja nicht sehen, wie ihr alle sein Spiel hast. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, wie du das Spiel gespielt hast. Dann wird es aber Zeit. Du musst einfach nur vor 21.30 Uhr kommen. Druckmarkt. Ja, da ist das Problem. Ich bin's. Ich bin am Schlafen, bist du dann okay? Nein! Dieser Watter ist... Ah, deshalb bist du vor mir. Felix ist mein Bild von Trips. Wieso ist das hier? Wieso ist das Letzte? Das ist einfach so true. Ja, Trips hat als Meme-Buddy genommen, weil ich gedacht habe, dass alle seine Follower das hochbogen. Ich denke, dass das nicht so lange nicht so leicht sind. Ja, hast du dir die Welt gemacht? Ja, ich finde das war nicht zu Recht. Ey, das kann ich doch nicht springen, oder? Ach, ich mache es trotzdem. ich mach das so lange bis es nicht mehr funktioniert also mein handy gerade noch in der hand aber jetzt habe ich verloren ich reite auch einfach dieses meme ich hatte noch mal eine frage an dich trips hattest du nicht mal gesagt dass du irgendwie am sonntag oder so ca 3 spielst ja das ist die community runde ab 21 uhr 30 und dann bis 23 uhr nachts also du willst du mitmachen ja eigentlich schon wenn ich da bin würde ich mitmachen ja gerne ich wollte diese woche woche mitmachen mich hat katja angeschrieben aber ich konnte aber nicht katja hatte ich angeschrieben und gefragt ja also die war halt in meinem stream und hat ganz vollkommen und ich habe keine andere wahl aber ich bin dann trotzdem nicht gekommen ja ehrlich gesagt sind wir glaube ich dran schuld dass katja keine lust mehr hat auf den run das tut uns allen auch sehr leid wir haben nämlich sie ist ja oft gegangen und wir haben weiter gespielt wollten nicht so lange haben dann aber doch noch sehr lange weiter gemacht und ihr reich ist dabei halt ziemlich drauf gegangen und darum hat sie jetzt sie hat es nie gesagt aber wir sind wir glauben alle dass wir da und schuld sind dass wir ihr den spaß genommen haben an der runde ja das ist halt das ist das wohl immer so ein multiplayer run das ist das halt wenn da Leute nicht nicht da sind dann ist es halt immer scheiße für die hier hinterher das ist halt leider so ja aber wir sind uns halt einig dass wir schuld sind und wir haben auf jeden fall einstimmig erklärt dass wir das in zukunft nicht mehr machen und dann mehr rücksicht drauf nehmen das war nämlich wirklich schade weil sie ja es war ihre idee mit diesem amazon run und dass sie da jetzt keinen bock mehr hat ist er halt einfach traurig ja das ist ja das ist äh ich mach man jeden im screenshot die anlauf werde zu du kannst du kannst du auch kannst du auch unterbauen ja wenn ich download dann geht das dann ist das vor allem dieses muss gefällt mir nicht kann sondern spiele wo man kein brokkoli malen muss fällt direkt durch ich spiel nur noch ich spiel nur noch ich spiel nur noch Scribble I.O. und äh gerade vergleiche nur noch Brokkoli malen muss ja einfach mit tatteln mehhehhehheh ist gut wow und nie lacht einer bei meinen Memes überall wird gelacht wo er mir liegt ist echt cool witt ich ha ja wo ist die grumpy cat wir grinsen ja auch in uns rein ja ich grinse eigentlich auch bei jedem außer bei irgendwelchen die nicht so grüßen ja die sache ist halt ich lach bei jedem scheiß das ist das problem ah ne schäden hab ich nicht aus dem einfachen grund weil ich wüsste nicht was ich da hochladen soll ich bin da glaube ich einfach nicht in diesem in diesem game genug drin ich würde da fortsitzen und mich fragen ja und was mache ich jetzt damit ey wir sind jetzt weiter wir haben gleich viele punkte so scheiß tatsache was naja dann gleich viele Punkte wir haben gleich viele Punkte die wehher tritt ich muss glaube ich mal anfangen nicht die ganze Zeit buchen die nimmst zu posten weil ich glaube dann soll das 70 2020 in der jetzigen Runde in der jetzigen Runde in der jetzigen Runde wie kein Gokoni achso wir sind beide 571 ja ich bin wieder zweiter und das fällt mir wo niemand was sagt sondern einfach nur eine Überschrift das fällt mir immer am schwersten ey cool wird denn was besseres so jetzt fange ich mit den Bokoni memes an jetzt wo sie vorbei sind ey Trips ja wie hieß doch mal das game was du früher immer gezockt hast seit es nur ich Lavakiller und warte schon Rimmworld Rimmworld ja Rimmworld ja ok das ist etwas wo alles immer besser wird nein scheiße ne ich hab auch scheiße mir läuft die Zeit ab einfach das hatten wir schon oh das ist gut dass ich doch mal ja die Müsse ist so kacke mir fällt nichts ein dazu ne das ist zu viel oooohh gerade noch so geschafft ey die Tütschöne ist Bokoli mit einem K ohne scheiß wir werden wir reiten das so am selben Tag an dem das Meme entsteht hat dann am Ende schon keiner mehr Bock drauf ey ja das ist das Ziel das gibt Ärger tut ihr jetzt nur so oder lacht ihr wirklich ne wir lachen wir ne wir tun nur ich hab gelacht also ich ich versuche euch gar nichts mehr was ist denn los hä ne ich hab wirklich gelacht ja wirklich wahr ja alles gut 27 Jahre ist immer noch genauso ja wo sind deine Mutterwitze hin ey wo ist die Grumpy Cat noch keine einzige Grumpy Cat war hier hm fanden endlich wieder Rukul es ist Jahre her ich stream noch nicht mal ein Jahr ja es ist Jahrzehnte her hm 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 ja h hm hm Genau. Er soll nur von morgen ausgeschlafen sein. Oh, was ist das für eine Katze? Ich bin wach, ich war dabei, ich war dabei. Aber stolzes Brusthaar, Oli. Good one, good one, good one. Der hat beim Hasselhoff gelernt. Für alle Leute, die Katzen haben, sei froh, dass ihr nicht eine habt wie ich. Die liegt gerade in meinem Katzenton, schläft da drin. Das war ja reingepinkt. Alles gut. Haben wir diese Runde irgendwie doppelt so viele Memes wie vorhin? Ja, es sind noch ein paar Leute gejoint, ne? Ach echt, ne? Ja, Leute, die mehr Brokkoli-Memes machen. Hallo, nicht gejoint, gebrokkolit, okay. Reingebrokkolit. Ja, stimmt. Komm, falls noch einer rein will, hier ist nochmal der Link. Aber nur Brokkoli und Geotastic-Memes, alles andere gibt's. Oh, ich bleib vorne an der Spitte. So, wie weit unten bin ich diesmal? Ich hab wenigstens keinen Minus mit meinem Ding gemacht. Ist aber nicht so gut geworden. Ich weiß gar nicht mehr, welches von mir war. Ach so, doch. Oh, ich bin Zweiter geworden. Das ist richtig gut. Also das war echt gut. Ich hab den Ersten unterstützt. Das ist halt auch true. Ich guck halt in den Chat. Sind da schon die anderen Leute? Wird schon geweckert? Okay, gut, noch ne Runde. Ja, ha, ha. Noch ne Runde. Nächste Runde, nächste Runde. Aber danach geh ich schlafen. Let's go, let's go. Heyo. Gugug Power Rangers. Mach ich bereit für den Minen. Äh. Ihr dürft den Facken nicht sein. Alter, was heißt für scheiß Mames? Sorry, Katja. Es ist so blick, ich bin sehr leid. Das ist aber auch wieder gut. Äh, Nick, bist du eigentlich noch da? Die erste war das Geo, gestern, was ihm bezockt. Was? Geo, testen. Danke. Bitte. Bitte. Du, 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 du. Heute, wie lange braucht ihr? Badababababababah! Badababababah! Ich hasse es, genau. Was? Ja, ich mag's nicht. War's das Lied? Das letzte Mal, nee, Meckes. Das letzte Mal, dass ich bei Meckes war, ist schon locker vier Jahre her. Oh, da ist so böse! Das ist so böse! Ah, ah, es ist gut, aber es ist böse! Oh, ich war halt noch nicht dabei, ich kenne das nicht wieder. Sheldon sagt, Leute, mal ehrlich, ihr habt meinen Abend gerettet. Ah, Sheldon! Süß. Sie sind gern, Sie sind gern dein Retter. Gleich werde ich rot, wenn du so weit am Mast lieflich warst. Ah. Das ist der Punkt, glaube ich, wo es vorbei ist. Naja. Das wäre lustig gewesen, irgendwie, aber... Ich kann's ihm erzählen! Wie oft der Brokkolin macht. Ja, okay, jetzt habe ich es erkannt, jetzt mache ich keine Brokkolini. Jetzt habe ich den schon überschritten. Die werden aber nicht alt. Welcome to hell. Ja, ist so. Giotestical. Okay. Okay, gut, der geht wieder. Ja. Ja, der geht wieder. Doch, der geht. Nee, ich finde nicht so. Aber ich habe gerade den Meme-Buddy gezündet. Das ist blöd. Ja, der ist gut. Das ist blöd. Download. Der ist gut. Ja. Ist gut. Ist gut. Ist echt gut. Was ich heute alles gedownloadet habe an Emotes und jetzt Memes. Die Memes müsstest du Emotes werden. Jetzt wird es auch langsam viel. Also wirklich. Jetzt wird alles irgendwie überschritten mit Geotastic und mit Abro-Meme. Also das Meme passt halt auch einfach irgendwie für den Schatten nicht. Das kann ich nicht unterstützen. Dieser Geotastic-Hate ist frech. Der ist wieder gut. Nein, weil es halt nicht stimmt. Ich meine, die Geotastic-Leute wie Chahuala und so, die hauen ja auch ab, sobald tief was andere Spiele zum Großteil. Ja, das stimmt. Ja. So, das schicke ich Elu nachher. Ich schicke ihm den Rest, den ich gescreenshautet habe. So, Shen findet Geotastic Mega. Damit ihr Bescheid wisst. Nice! Scheiße. Ah, das ist gerutscht. Hätte ich lange gemacht. Ja, ja, das stimmt. Danke, Scheiße. Ja, es hat nicht funktioniert. 152 Punkte, Alter. Wie Scheiße. Muckmack, kannst du mir mal eine Sache erklären. Nein, wir haben dieselbe Punktzahl, Alter. Haila, du wirst mit dir. Ey, mein Katja-Mini. Tsch, tsch, tsch. Mein Katja-Mini. Ich krieg immer das Haus rum. Ich krieg immer noch gleicher Arzt von Punkten. Stimmt. Ja. Ich schicke trotzdem noch nicht, warum Muckmack immer vor mir ist. Ja, ist halt besser. Also... Kann ich das nicht machen? Nee, das ist das da schon. Ich kann nicht anders. Ich muss das machen. Das kann ich glaube ich nicht bringen, aber ich mach's trotzdem. Es stimmt nicht. Es ist nur ein Witz. Ich sag's. Es ist nur ein Witz. Nicht ernst nehmen, bitte. Ich kann halt nichts dafür. Ach, Memes soll man nicht ernst nehmen, bitte. Ich kann auch nichts dafür. Wird's doch ändern, wenn ich könnte. Nee, das ist scheiße. Andere ist Meme. Alle meine Memes waren scheiße. Ich bin komplett bis zum Ende durchgerattert. Ratterratter. Bis zum Ende waren die Kacke. Äh, Memes dürfen auch nicht. Ich glaube, alle meine Memes hatten bis jetzt auch so mit Gelchastic zu tun. Ja, oder Broccoli. Nee, ich hatte noch kein einziges mit Brokkoli gemacht. Nur Gelchastic. Was war dann mit dem allerersten? Oh boy. Immer bereit. Allzeit bereit. Schick hier, du. Oh scheiße, jetzt krieg ich noch Hunger. Jetzt muss ich mir gleich noch was zu essen machen. Oh, was denn? Weiß ich nicht. Das ist das Problem. Vielleicht mache ich mir Nudeln. Oh man. Download. Ist gut. Ist gut, ist gut. Kann ich mir selbst den Stream Buddy geben? Nee, das geht leider nicht. Oh, schade. Ja. Da müssen wir gegenhalten. Da müssen wir gegenhalten. Das war schon immer lustig. Und das wird auch immer lustig bleiben. It always has been. Nein. á, einen äh, cruzata Kings 3 Schellen. Äh, cruzata Kings 3 Schellen. Tja... Daumen... 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 Ich muss jetzt mal irgendwas Gutes einfallen... Ja, weil seine Zuschauer das wollen... So nämlich... Heute wieder richtig saftige Zahlen gehabt bei Geotastic... It's all about the numbers... Ist so... Oh... Ihr wollt doch nur, dass ich wieder regelmäßig bis 5 Uhr morgens streame... Ihr seid alle... Ey, natürlich... Widerlich... Natürlich... Warum nicht? Einfach bei meinem... Bei meinem Beam Daumen nach unten gemacht... Da muss man mich einschlafen... Wirklich wahr? Ja... Meins war zweiter... Frechheit... Da hab ich wohl... Ich bin vor... Muckmack... Ja... Hallo... Wow... Hast du auch schon zweimal die... Hast du auch schon zweimal die Runde gewonnen? Ich hab grad zum ersten Mal die Runde gewonnen... Ich hab grad zum ersten Mal die Runde gewonnen... Ich hab grad zum ersten Mal die Runde gewonnen... Du bist jetzt einmal vor... Sei halt gleich direkt angegriffen... Alter... Er schon direkt im... In... Defensiv... War den Spaß... Ja... Ist klar... Ich bin direkt weiter... Das ist jetzt aber die Runde... So... Ich muss mich jetzt präsentieren... Das ist gut... Das hatten wir schon... So... Schade, dass er nicht da ist... Schade, dass er heute nicht da ist... Das Problem ist, wenn man... Eine gute Idee hat... Und ein Meme kriegt... Wo man wirklich was zu schreiben kann... Dann muss man halt erst mal 30 Jahre warten... Ja... Ich hab auch... Ich bin schon fertig... Ich warte jetzt... Ja... Ich kann Das... Ja... Ich kann das Gleichneid erst mal... Ich kann es jetzt mal len, die Bilder zu Methoden... Ich kann es nochmal malen kennen, oder? Ich kann damit nur jemanden... Es kann ich mich nicht sagen... Wir武the, weiß nicht... Die eigentliche Zeit... Das熱ch ist einfach auch nicht... ... explanation... Ich kann es eben nicht immer informier partner... Untertitelung des ZDF, 2020 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 bier ist besser geht es darum was ein ja ich habe auch schon knapp gedrückt ich habe ich habe aussehen auf hoch gedrückt ob ich auf unter machen wollte okay kalle da habe ich doch richtig verstanden gut gut dann habe ich zurecht geliked das stimmt doch gar nicht ich habe schon wieder kann ich muss jetzt beim letzten nie mal direkt scheint das stimmt doch überhaupt nicht ich habe sogar jeden sonntag mit euch ja aber nur sonntags geotestig spielte jeden tag aber ja stimmt ja ich weiß glaube ich dass ich glaube dass es von dir und weil ich keinen anderen nie bei die haben muss ich dir jetzt nie bei die geben und ich hab's natürlich abgewartet ich habe auch und gewollt ist echt an sich nur weil du gesagt hast an sich nur weil du gesagt dass das ist der meme body das sind die taktische entscheidung ich bin der meme-meister der meme-meister wie soll mein meme so wenig punkte wo wirst du denn wo hast du minus punkte dann gibt's marbles und dann ist zeit für die haja nein das ist das neue geotesting schuld ich kann es auch einfach nicht lassen ich kann es auch einfach nicht lassen ich kann es auch einfach nicht lassen ach nee das ist nicht witzig mir fällt nichts ein die schweiße die schweiße die schweiße die schweiß die schweiß ach das ist doch das meme was ich vorhin hatte und da wo ich weggedrückt hab ey die mit davon die 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 ja zehn sekunden also so langsam würde ich mir das einfallen dass ich hab ja was aber ich glaube ich kann der zeichen gesetzt das habe ich auch die gemacht hat dann ist man muss ich glaube trips hat das als mir bei dir gemacht ich habe das geschrieben siehst du mit liebe mit liebe und wer hat in der folge am ende gewonnen na na ahnung war ich das nie bei dir das mal bei mir ist es halt so ich gehe früh schlafen und bin dann noch müde aber wenn ich spät schlafen hier bin ich gar nicht müde du musst gar nicht schlafen gehen das ist ja das ist noch interessanter also einschlafen einfach irgendwo so auf der straße die zeiten sind vorbei ihr schweine ich mache das nicht länger weg wieso kannst du mal anfangen heute war wir sind nur noch zwei stunden das war erst sonntag das war es in der letzten cruiser der kings runde wieder so ja sonntag ist schon fast eine woche wieder her ja naja eine halbe das liebe ich das nie gerne ich wünschte ich hätte noch meinen buddy das ist ja geil download ich auch ja ich weiß halt wie es geht jetzt weiß das ist von ihm ich hätte ich lieber dass diese ihr sollst mir das worten was dir am besten gefällt jetzt aber jetzt geht gar nicht weil jetzt bin ich so weit unten minus 750 punkte was soll denn da ich bin erster mit chips hat wie das traurig hatte das ja das alle doch gewollt ja weißt du was zu machen du musst einfach gar nicht abgeben keine minuspunkte dann gibt es 500 minuspunkte was wer sagt nun das eine volle kurse hat das bei einem chat geschrieben kann es ja mal ausprobieren dass das bestimmt gelobt leider ich habe ja noch ideen mal ein bisschen was anderes so siehst du groß der geht raus an dich machst du gerade nie über mich nein nein ich brauche halt unnormal viel schlaf nur bekommen wir ihn nie fühle ich schelden fühle ich absolut ich glaube es gibt kein meme wo so viel drin steht ja hört man hört sich auch so anders wirst du gerade einen roman schreiben aber das ist doch nicht witzig ich werde dafür minuspunkte kriegen ist das teils ja irgendwie ist nichts eingefallen hauptsache du bekickst dich hauptsache du selbst bekickst dich da rüber ja ich finde das ja auch das ist gut ich fand das war geil wie der text da oben drin stand ja da muss man aufpassen dass man den ganzen text gelesen bekommt bevor die zeit rum ist ja sie das ist ja in subordinierend hier also den aufblatt streams habe ich schon gefühlt lava keller ja ich auch nicht wirklich lava keller ich bin ich bin technisch wirklich bei der grumpy cat hängen geblieben das ist mir alles zu modern ok dann noch eine runde mit lava keller wenn er möchte ja gut lava keller möchtest du willst du eine runde mitmachen mach ok der ist gut der schlau scheiß ich war nie weil ich schon aus der war nie weil ich ausgegeben ja der ist nice und der hat vor allem nichts mit geotestik oder brokkoli zu tun ich bin zweiter gewohnt ich bin zweiter gewohnt ich bin zweiter gewohnt das reicht mir ups die helfer keller musste nicht reden musste nicht die hälfte der leute die hier mitspielen sind nicht im discord ja ich fand das richtig gut das war richtig lustig schellen ne ich wollte hier was machen aber das passt einfach nicht das check ich nicht das haben wir schon ne da krieg ich halt hart minuspunkte wenn ich das jetzt mache aber egal egal es geht doch nur und nicht ums gewinnen das sagt der hier taktisch seine wie kann man bei make it in 1 freiheit sein was passiert da ich hab kein also scheiße ne nein das wusste ich dass das passiert aber jemand hat das me body gemacht hast du das genommen hast du das gemacht nein ich schwöre aber man sieht das ja wenn man wenn das so aufwirft dass es irgendjemand dem das als meme body genommen hat wenn das so aufwirft dass es irgendjemand dem das als meme body genommen hat ne nein nein das gibt ein dome boot ich mach kein abboot mehr bei sachen mit geotastic ne 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 das gibt nen download ne 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 gibt es irgendwo mehr chancen für mich spaß verstehe ich auch nicht ist doch voll sinnvoll ach so jetzt verstehe welche anderen streamer zocken denn beides bequicken allein für das wort bequicken gibt es nie bei die und den download das ist der die höchste adelung dass das ist dann einfach unglücklich gelaufen das ist doch wie gold die wenigsten punkte gewinnen wer ist jetzt erst das ist sogar das beste ich habe nicht getrunken mit dem rede sein gerade fühlt es sich da fühlt es sich da unten an ganz cool ich habe mir halt selbst ausgesucht erwarten wir jetzt noch bis macht lava keller jetzt mit es kam noch keine antwort ja dann kommen wir ja bisher antworten noch eine runde spiel ist da wieder reingekommen wer bist du denn diese person ist lava keller die gerade redet lava keller das ist also der einzige war guck mal damit hast du badisch jetzt eins voraus der war noch nie im discord der schämt sich auch weil er 12.000 jahre alt ist ach da muss er sich doch nicht schämen hier das ist trips ja auch da hast du der link ist im chat dann kommen sie rein ich habe die nachricht bekommen ob das irgendjemand dem server beigetreten ist wer es ist was wie dem discord server ja lava keller ja ich habe hier ja ich habe mir ein paar nachrichten bekommen ich wusste noch nicht wer das ist weil wäre der name lava keller hätte ich schon gewusst dass es eher ach so ja es gibt halt twitch namen und es gibt halt so namen ja ist bei mir ja auch so mein twitch name ist ja auch ist ja auch an sich nur der name den ich benutzt habe weil ich keine andere an die idee nach so dann wollen wir mal in die letzte macadamie runde gehen und dann noch marbles let's go ich bin doch langsam irgendwie aufgebraucht ich kann doch immer nicht mehr so viel lachen auch nicht hier würde ich schon wieder am liebsten irgendeinen geotastic witz machen ich kann nichts anderes ich kann nichts anderes nein auch nicht witzig man oh warte ich mach die musik wieder an das ist auch nicht witzig man aber nicht das ihre So, mit dreimal Herzchen. Damit seid ihr alle gemeint. Ja. Du auch. Zehn Sekunden. Weile Tyro. Aber das ist nicht deine erste Chatnachricht. Ah, trotzdem. Weile Tyro. Hallo. Nice. Dass es wirklich bei einem funktioniert hat. Weile Tyro, du bist MVP für heute. Hatten wir nicht genau denselben schon mal? Nee, ich glaube, der andere war, wenn Trips aufhört zu streamen. Egal. Zack. Meme Buddy. Bei mir kann man sich leicht einschalten. Oh, jetzt hätte ich hätte ich den Meme Buddy mal behalten. Hm. Das gibt einen Meme Buddy. Was gibt so was von dem Meme Buddy? Schon traurig irgendwie, oder? Ja. Von wem könnte das nur sein? Das weiß man so gar nicht. Ja, das weißt du nicht, weil du nie bei Geotastic dabei warst früher. Ich weiß sowieso, von wem es ist. Auch nur Weile Tyro. Was habe ich hier denn alles für herzförmige Emotes? Nur zwei. Das ist leider nicht so viel. Ohne die Spiele auszusprechen, immerhin. Das ist schon gut. Oh. Eier, Weile Pyro. Danke. Ich weiß du, also mich. Oh, dein Herzchen zurück. Vielen Dank, Weile Pyro. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, du bist ein Durker und schreibst nicht so viel, aber... Wie lange guckst du denn schon zu? Bist du einer von diesen heimlichen Langzeitguckern, bei denen ich mich immer frage, wer das ist? Aber was ist das denn für ein geiler Frostshelden? Ja, das ist... Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht, dass das den ersten Platz geholt hat. Guck mal, ich habe ganz viele Frosch-Emotes, weil ich ein Sub-Geschenk bekommen habe, bei Karo nach einem Raid. Hier, das sind alles meine Frösche. Ach nee. Glauben wir nicht. Guck mal, ich. Guck mal, ich. Nein, da fällt mir auch wieder nur ein Geotastic-Witz zu ein. Ne, das kann ich nicht machen. Abschicken. So. Puh, check ich nicht. Ey, das habe ich doch eben schon mal abgewählt. Was ist das denn für ein Scam? Ja, war bei mir vorhin auch so. Also mir wird was Wichtiges gezeigt, aber das macht mich traurig. 20 Sekunden gleich noch. Richtig lame. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich weiß, es ist lame. Mir fällt nichts Besseres ein. Hab irgendwann bei CK3 angefangen. Ui, weile Pyro. Oh, Lava-Killer, was ist denn? Ah, ein Gift-Emote kondensend. Nice. Oi, Sheldon. Hast du ein Herz für Kröten? Jo, Karo haben wir irgendwann nach Gatic-Bone geradet. Ich kann nichts mehr drücken. Und einen Tag später habe ich gesehen. Ich habe einfach einen Geschenksab bekommen. Und jetzt habe ich die lustigen Kröten-Emotes. Denn Karo hat bei sich auch im Stream ein Terrarium mit Kröten stehen einfach. Voll geil. Ja, richtig geil. Mir werden die Memes nicht mehr gezeigt. Ja, das... Hast du bestimmt mit irgendwas verdient. Einmal zu oft nach Mod-Titel gefragt. Ja, Frösche sind cool. Ja, ist halt so. Vor der Kellertür hier sind nachts manchmal Frösche, die sich da irgendwie hin traieren. Da bin ich schon zwei, dreimal aus Versehen fast draufgetreten. Ich habe es vorher zum Glück immer noch gesehen. Und ich bringe die dann auch immer schön ins nächste Gebüsch. Das sind meistens Kröten und keine Frosche. Aber egal. Na gut, was soll's. Was soll's. Darf ich dich Watchtime, Violet Pyro? Kriege ich dein Konzent dazu? Komm in meinen Keller. Dort warten Frösche. Ich wäre sofort am Start. Ja, gut. Da kommen die Rimworld-Memes. Ja, hab ich nicht gespielt. Ja, gut. Das ist halt alles sehr insider-lastig hier. Wir spielen irgendwann nochmal Make it a Meme. Aber wir verbieten einfach Insider. Mann, was ist denn los? Warum bin ich denn so scheiße? Das war doch mega gut. Welches war's denn? Das war doch mega gut. Ey, ich hab's abgeboten. Ich wurde rausgeschmissen. Ich hab's abgeboten. Ich weiß, ich hab auch was gesehen. Was mittlerweile wichtiger als Brokkoli ist. Es ist halt einfach die Wahrheit. Ich find's so krass, wie dieser Insider einfach am selben Tag, an dem er geboren wurde, auch wieder verbrannt wurde. Ja, das ist halt... Drückend. Wann hast du denn angefangen zu streamen? Wann kam das denn richtig hoch? Wie, der... der Brokkoli-Meme? Ja. Ja, wir haben Gartik vorhin heute einfach. Wann hat das begonnen nochmal? Wie viel Uhr so ungefähr? 21.30 Uhr haben wir angefangen. Dann haben wir Emote-Runden gemacht für ein, zwei Stunden. Dieser Brokkoli-Meme, der ist keine drei Stunden alt, würde ich sagen. Er ist schon von dem Dreck vernichtet. Oh scheiße, ich hab nichts getippt. Fuck! Ich hab überhaupt nicht... Oh, am 15. Dezember. Never forget. Brokkoli ist weiter oben. Ja, ist jetzt ein ziemlich, ein ziemliches scheiß Meme eigentlich. Aber... Ah, guck mal, Violet Pyro. Das ist doch schon was. Fast zwölf Stunden. Na holla. Die kriegst du heute auf jeden Fall noch voll, wenn du gleich noch bei Marbles zuguckst. Ja, das stimmt. So, jetzt nutzen wir das hier auch mal taktisch. Und... Ja, gut. Ich dachte, Vollnikose ist nicht mehr da. Wie ist Vollnikose-Meme? Äh, ja doch. So, komm. Weiter, weiter. Stanz. Das hätte ich auch nicht einmal gekriegt. Das hätte ich auch echt gerne mal gekriegt. Aber... Hm. Loll... Loll, konnte das nicht mehr ändern. Jetzt macht das so wie immer keinen Sinn. Ach. Aber du warst auch schon ein paar Mal erster stellen. Ach, scheiße. Herrentag? Wo kommst denn du her, dass das Herrentag heißt? Ja, das ist Herrentag. Ist sowas wie... Ja. Bei uns heißt das einfach Vollnattag. Ja, bei uns auch. Ich drück die ganze Zeit nur Mäh. Haha. Ah nein, weil der Pyro. Ah. Äh, jo. Der... Der Trick ist, äh, eigentlich ganz einfach, weil der Pyro. Äh, ab 21.30 Uhr kommt Primetime. Davor ist immer Geotastic. Ach, guck mal, ich hab den Zahn der Zeit getrunken. Weil LePhyrus auch jemand von der Anti-Geo-Community. Ostdeutschland haben wir doch heute schon geklärt. Ach so. Ach ja, wegen, wegen der, ähm, dem U-Turm. Stimmt. Siehste? Kalle ist nämlich schon während Geo da gewesen. Äh. Aber was, ich war erster? Ich bin erster? Richtig. Nein, ist er scheiß. Ich war zweiter. Ah, 760 Punkte gab's für den, für das Edo-Meme. Ich freu mich schon auf den 15. Dezember, wenn Jahrestag ist von dem Raid. Dann gehen, dann gehen wir da nochmal alle hin und sagen Danke. Leute. Ja, wir murmeln jetzt noch. So sieht's aus. Wo haben wir's denn? Ich find's jedes Mal nicht. Da. Marvel's on Stream. Die Musik geht aus. Während Marvel's existiert nur ein einziges Lied, das gespielt werden darf. Wir suchen das raus. There it is. Oh ja. So, an alle, die heute das erste Mal dabei sind, es ist ganz einfach. Wenn ich gleich Bescheid sage, dann müsste ich